Und schon wieder eine Auftragsarbeit. Diese alte Kommode hier wünscht sich eine Kundin umgestaltet. Zeit sich das Ganze mal genauer anzusehen. Seht ihr das? Wenn man genau hinschaut, sieht man, diese Holzstruktur, die ist nicht mal echt, die ist aufgemalt. Also, die kann ich guten Gewissens überstreichen. Und genau das wünscht sich die Kundin nämlich, einen Anstrich mit Kreidefarbe, mit der Chalk Paint von Annie Sloan. Diese Farbe hier heißt übrigens Florence. Und nach zwei Anstrichen und anschließendem Schleifen kann ich jetzt versiegeln mit klarem Wachs. Und da ein Vintage-Effekt gewünscht war, kommt jetzt noch das dunkle Wachs zum Einsatz. Ist doch geil, oder? Also ich liebe diese Farbe sehr. Und die silbernen Beschläge kommen jetzt richtig schön zur Geltung.